so da sollte der stream dann mal wieder starten ich weiß nicht was das gerade war das stream hat auf einmal weg ich hoffe jetzt sollte wieder alles funktionieren und damit ein wirkliches willkommen zu einer kleinen runde ja ich bin leider aber noch krank die diese mitbekommen haben ich hatte mich mit korona angesteckt und ja deswegen muss ich gerade so ein bisschen schauen wie es so läuft wie ich auch so reden kann und so weil das jetzt mein erstes stream ist und green screen gibt es leider auch im moment nicht dadurch dass dahinter mir so trockenungsplatten stehen um meine wand zu trocknen deswegen alles nur so halb aber immerhin irgendwas mal wieder deswegen wollen wir mal lukas möchte mitmachen wollen wir das lukas mitmacht muss lukas online kommen musst du erst mal updaten und ich habe komischerweise zwei das dass das stream chat ist bei mir halt alles andere ist dark mode das fenster für diese kleine kasten mit dem stream chat ist halt weit warum auch immer weil er das gerade irgendwie nicht machen möchte ein muss lukas nicht okay dann muss lukas online kommen dann kann ich lukas einladen schlürfsaft kommt aus dem tresor das hört sich auch ein bisschen komisch an läuft so raus und kommt das schlürfsaft aus dem tresor so gut es gibt gerald von riva aufgaben noch gar nichts gemacht ich glaube wöchentlich habe ich so ein zwei sachen gemacht ich habe tatsächlich auch mal wieder auf meiner switch fortnet installiert und gut lukas kommt online was ist online lukas ist kratzig das ist wirklich dings dinge ja ja ich bin auch immer noch im überlegen wirklich ob ich das ich bin ja immer noch am überlegen ob ich mir das Hogwarts legacy hole oder nicht sieht schon gut aus ich würde es mir vielleicht holen aber kommt die frage wann sie kann man das halt dafür hilft nicht ja weil die sache ist so es ist halt single player wenn ich das gesehen habe ne ja ich glaube schon ja du kannst dir zwar so wenn du 10 euro mehr zahlst im moment kriegst du ein reittier und keine ahnung aber irgendwie bieten die das schon überall günstiger jetzt an und keine ahnung ich weiß es nicht muss ich mal gucken mein pc ist kaputt nicht heute abend doch irgendwann nintendo direct kann sein ich habe irgendwas gesehen irgendwo das wort zumindest ist also ich hoffe ja dass die dann endlich zeug zeigen zu dingen hier neun zelda nachfolger was ist das für ein direct ist das normales direct oder es ist ein special direct zu irgendwas bestimmte also ich guck nach oder neun indie direct nintendo nintendo ja n 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 er ist auf trio an den hatten auch super und hat mir sogar das ist schon mal wieder im launcher oder noch im land was auch wieder da alles sogar so lange brauche ich dafür gar nicht längst was jetzt glaube ich brauche es hat euch fort nach da wussten dass man auch recht schrecklich aber noch so dummen schleim im hals diskutieren dass das so laut ist bei mir im lebenszimmer es ist kein streit es ist eine diskussion aber es ist eine laute diskussion wenn es laut ist dann musst du das ja hören worüber die diskutieren nein es ist so dass sie es höre aber ich nicht verstehen kann das ist voll komisch nehmt ihr auch an der lama schule teil ja ich hab's gesehen dass man es gibt wieder sowas weißt wie damals mit den naruto sachen wo man so etwas freischalten kann xp kriegt indem du registrieren muss anmelden muss und dann gesehen also ich sehe das jetzt gerade hier ich habe es ist was mich gestresst dass ihr fort mein spiel was so eine lama schule und da musst du dich halt wieder im browser registrieren da dann kannst du wieder reise gewinnen ob wir dich wieso haben die dich denn gestresst und ja sie angefangen haben zu streamen und ich was ganz anderes gemacht haben dann denke ich will mit ich will auch meine aufgaben machen auch macht diesen drecks fernsehleiser vermiedung hallo ob die die antwortet er redet man schon mit jetzt mit mir als gruselig weiß ich will was will ich nicht will geld ich will geld in menschen ausgeben was ich gleich auch machen werde alle anderen denken sich so ich will jetzt genau wieso muss ich da schon wieder geld ausgeben ich will geld ausgeben was denn geld ausgeben ist toll auch wenn man es nicht hat ist es trotzdem toll ich habe eine eindeutige wahrzunehmende kaufstuch die eigentlich mal in therapie geht man mit kaufstuch in therapie ob man das geht weiß ich nicht aber man sollte es vielleicht egal erst mal ist und ganz beratung bevor ich der wegen zur therapie habe ich andere sachen ich will nach hause ich bin zu hause kann man heute gewinnen ich weiß es nicht ich würde gerne mal eine krone behalten krone wo hast du meine krone her das ist eine gute frage haben wir letztes mal gewonnen anscheinend haben wir jemals gewonnen nee ihr seid schlecht du bist schlecht du bist krank ja wir haben das letzte mal nach dem zucker weg machen wir glaube ich dreimal hintereinander gewonnen ja wie gesagt das geht immer noch an mir habe ich das eigentlich schon mal gesagt dass das hier immer nur und wegen mir verliert zwei sie oder sieben was er wie viel als ich nicht hab null null warte ja null mann 0 in zwei von letztem mal wo landen wir wir machen ganz viel was sie müssen ganz immer davon sind vom letzten mal was nirgends wenn ich habe zu holen und ich habe nur wo landen wir ich habe keine Ahnung wir müssen im Schnee uns fortbewegen wir landen jetzt hier auch wenn das viele Gegner sind das habe ich jetzt geschlossen und nicht so viel entscheidung heute treffen dann mache ich das finde ich gut vielleicht irgendwo im Außengebäude ich einfach draufhauen ich habe auch keine karten nicht an Lukas hast du weißt du eigentlich was sich an der map verändert weil wir haben irgendwo so komischen bambuswald gefunden auf einmal ja ich habe also ich spiele seit einer woche wieder aktiv fort dann lass mich ja ich dachte wenn du wieder anfängst oder so dann ist es schaust du erst mal 10.000 videos dazu an auch du musst kann ich hinfiehlt die presse ich habe irgendwelche seilbahn gehört entschuldige keine beleidigung beziehungsweise vor uns unter uns ist einer ne bei mir ist einer ja ich glaube ich höre Hilfe 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 oh mein Gott wir sind hier so viele Gegner jetzt mal ehrlich was ist an diesem Ort so voll mit mit der seilbahn war noch irgendwo habe drei gegner haben wir keine muni mehr ich muss mich von mir verbiebeln scheiße ach mit nebel hier sind auch noch irgendwie zwei einer fetter die ganze Zeit bei der seilbahn hin und her auch munition da ist einer reingelaufen fast tot also ich habe irgendwo drei gedockt oh ja hier krabbeln drei stück rum ja ich sehe sie dann musste ich fliehen da glaube ich auch noch irgendwer drei leute hier ist auf jeden fall noch einer noch zwei minimum also hier sind mindestens noch zwei ich würde ich würde von mir ich bin dumm mein gott hat bisschen lange braucht was sogar gesagt du bist ein kind von nein ich habe nicht gedacht verstört nein bitte nicht ich würde es auch nicht anbieten ich hätte hier einen Sprenkel wenn biologisch abzuheben geht das aber auch nicht oder geht das mittlerweile ist alles wohl mit lieb die leihmutter die leihmutter die warte 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 du hast ein Sprinkler Hallo ich komme ich komme keine Angst hier oben ist einer gelandet noch gelandet Ich hab's nicht gesagt, auf einmal regiere das, ja, bin ich im Einfluss. Lukas, ich biete dir meine Dienste aber nicht an, regiere das. Ja, ich biete deine Dienste auch nicht, ja. Muss hier jemand rauslassen? Wir sind... Ähm, Schleppfächer ist etwas zerstören, ne, ist glaub ich ne Aufgabe. Jaja, stimmt. Du bist ein Falke, wenn jemand will. Oh, Falke! Altbewusen und Sachen muss ich generell noch aufheben. Ach ja, das ist nur eine Hutte, ne? Keine Ahnung warum, aber braucht man bestimmt irgendwann mal. Hier ist ne Quest, ich liebe aber auch diese Drohnen, ne? Ist voll cool, die Drohnen. Liebe diese Drohnen. Ich blieb mal ein bisschen durch die Gegend! Juhu! Juhu! Ich krieg mir noch irgendwo ein Gegend! Ich habe auch noch jemanden Sturmgewehr. Äh, guck mal, äh, es gab... Also... Sturmgewehr. Genau, es gibt ein Sturmgewehr. Normales stinknormales Sturmgewehr. Ach so. Ne. ich habe gerade drei level gemacht und ich habe in dieser runde drei level gemacht hallo ich habe nichts gemacht was anfangs ein level gemacht alle meinung erneut wirst du kass zu vertreten die wäde wirst du für die reichern hallo noch ein hammer wenn jemand noch einen braucht die aufgaben von letzter woche sind noch da erstaunlich liegen ja noch mehr hämmer vielleicht machen das jetzt so gegen ende der ziel und das sammeln dafür eine aufgabe und wieder vielleicht lassen die jetzt für den wegen ende der ziel lassen sie wieder versteht ihr was ich meine dass die level dass die leute doch wieder kommen und level wollen ende des sieben das müssen wir auch mit schießen wo es am ende des sieben ich habe schon am 10 märz ist doch glaube ich diesen wechsel oder doch langsam oder ist doch bald in einem monat müsste es diesen wechseln ja ich habe das eigentlich schon abgeschrieben 200 aber wenn wir jetzt sucht ist man kann ich war vor einer woche ein ich war von einer woche bringen halt so viel und hier habe ich und die day die seite auch ich war ich war am freitag 61 also level 61 nicht falsch denken ich war nicht 61 alt weiß nicht ob ich das nehmen soll das ist das letzte mal das schild ist weil du deine schilder brechen kriegst du nennen wenn es ist aber irgendwie das ist voll und praktisch ja ich habe ein zweimal fast wie gekillt beim weg ja ja ich habe mal mit jemandem gekämpft der hatte das mal der hat mich damit folge gerettet also mit seinem riss sein riss hat mich gerettet ich habe die question fertig und auf dem eis ums leiden da kommen sogar noch mehr wo bist du ja das ist der gröner ob man nicht ist so gut als man ob man nur hallo was macht man npc 1 der menschen um und fährt eigentlich die ganze seilbahn auf und runter die hat zufrieden vorwiesen und hier auch kann sich nicht an einem weiter stimmt ja ich wusste gar nicht dass man so gut rutschen kann ja ja wenn du so gut dann geht das voll schnell mit der aufgabe irgendwie dauert es bei mir ewig jetzt sei nicht gut geht es mir noch das bm wort man steht für bau die tat zu wenigst wollen wir weitergehen richtung zu hören und machten die kreis dann noch fertig die kreis das ganze eisgebiet über habe ich festgestellt also war bei mir auf jeden fall so vielleicht war es einfach bei die man da steht hier ist noch ein see die kreis die kreis die kreis die kreis jetzt ist er auch schock ich schluss an oder dann schießt jemand in der reise leben nun abgeschossen auf einmal ist neben mir ein dingst weil man mpc aufgetroffen alle guten dinge sind drei tatsächlich scheint auf schnee aufzuzählen hier gibt es glaube ich nichts mehr gutes hat super funktioniert was hast du gemacht so kannst du keinen hammer dabei er wollte die schwerkraft bewalten ja ich hab ja ich hab so ein super jump ding guck jetzt funktioniert es plötzlich danke hero oh boob manu bin level aufgestiegen ich glaube ich hab zu viele sachen konsumiert die ich nicht konsumieren hätte sollen Koffein ab und nur ein Kaffee getrunken es ist übrigens bewiesen wenn du Koffein trinkst das wird dann mehr Kostner wegen dem Bild zu der Nahrung abholen Prozent einmal an den Koffein zu mir genommen bei keinem Schieb wenn man hier zu welchen das ist ein paar mehr haben wir haben wir jetzt sehen ich bin ich geh so um dann soll ich bei euch bleiben wie ihr seid hier und kämpft jetzt mit mir oder zurück ich hab hier nur schnell den NPC genommen ich schicke Adler los da steht euch vor diese Drohne könnte schießen die ist halt aber einfach mitten auf dem Feld glaube ich die kämpfen gerade ich geh da jetzt hin es ist dumm dahin zu gehen oder die kämpfen gerade hat der Eilorch gefunden der eine ist am Boden der holt den da hinten wieder hoch hinter hinter da mal wo werde ich denn jetzt bitte ein von hinterher oh 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 danke sollte ich jetzt zu euch kommen ist glaube ich nicht so ein Problem wo ich halt von rechts beschrieben erholt ihn wieder hoch da waren kam er hatte ich gut getroffen hat oder hier ist die kräfte zum heilen wäre glaube ich besser es gibt eine schieße an der tod auf jeden fall aber hier waren doch gerade noch zwei wo ist der andere ist noch um halte mich nicht war ja ich sehe er hat mich auch gesehen ich bin tot weil ich den gegner gesucht habe und der mich zuerst gewinnt und der eben hat ja der eine und ich hab's noch was bringt aber ich sammle die karte mal ein der andere wird wieder hochgeholt dahinten da kommt das dahinter baum das ist jetzt in der song da geht in der krone noch noch hinter uns oder was da fehlen noch nie also dann müssten wir noch jetzt nur noch der eine ist noch zwei sein wenn noch einer mathematischen fehler hinter uns hinter uns hinter uns bei mir da der weg hier oben an der kletcher da hinten ist auch einer oben der kommt runter der kommt runter ich hab hier halt den anderen oh mein gott schero alter er ist von weiß ja kapin gg 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 bg gg 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 Ich drück meistens gar nicht, sondern ich warte, was du machst, weil dann macht es bei mir automatisch. Also wenn du gut Mannführer bist. Okay, gut, das wusste ich gar nicht. Wir haben halt eine Runde ohne Lukas, ne? Ja, hallo. Wir müssen halt eine Runde ohne Lukas spielen. So bestimmt, dass wir da. Ich weiß auch nicht, warum der runtergejumpt ist, warum der nicht da oben geblieben ist. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Der hat übrigens auch noch eine Krone gehabt. Ja, das habe ich gesehen. Also ich wäre für hier oder für hier? Dann würde ich das rechte. Das rechte. Ja, Massaker Labs. Ich bin für Massaker Labs. Oh, wo dir das ist halt die Frage, ob du nicht das zu stellen landen kannst. Nur zu dritt ist halt so, ja. Also ich lande eh ein bisschen... Außen wieder. Ich lande mal hier. Orthafen-Gedöns. In jedem Fall dumm war gerade auch noch. Bei mir sonst sind die ja immer Kisten jetzt. Das wird hier ja keine Kiste, ey. Ah, ich werde abgeschossen. Geht, ne? Ja, bei mir auch. Oh. Ich glaube, der war auch nur bei dir. Papi, oder du hast ihn. Geht, ne? Ja. Geht so. Geht so. Geht so. Down. Down. Ist das jetzt schon neue Runde oder die gleiche Runde? Neue Runde. Neue. Wer schießt da? Noch jemand? Ja. Ich hab ne WhatsApp-Nachricht. Wer hat mir das noch geschrieben. Down. So, als wir noch das heute doch... Dann hat es da noch einer. Auch der ist down. Weil ihr... Er gehört aber dann nicht dazu. Weit weg, Dolch. Ja. Nichts. Ruhig, Mann. Alter. Hui, hui, hui. Was ist denn da? Hm, auch. Auch down. Ich muss mal jetzt mal kurz was klicken. Irgendwas. So, ist hier jetzt Ruhe? Noch jemand. Ich denke, der hat so liegt ein Sprinkler, Manu. Das liegt auch ein Sprinkler. Ja, mein ich ja. Achso. Den meinst du? Ja. Wie weit müssen wir eigentlich? Nicht so weit. Geht ja. Easy. Schaffen wir noch unser paar tausend Spritzer und dann. Ich bin nicht der Selbstmordfaller. Ich bin nicht der Selbstmordfaller. Climbly. Rumpf worthStraffa. Oh, oder? Ach. Schritte, Schritte, Schritte? Schritte, Schritte. Oben aufm Dach. Aufm Dach. Aufm Dach. Direkt im Dach. Da oben aufm Dach. Da oben над наш. Sieht sehr NPC-haft aus, aber... Ich lebe doch! Ich lebe doch! Also, wie ich das überlebt habe, war nicht. Ist mir ne Rätsel. Hm? Da waren 8 Gegner, alle haben auf mich geschossen und ich lebe immer nur. Bist du? Ach, du bist da. Ja, wenn wir jetzt hier rechts an der Kuppel lang gehen, dann könnten wir, du kannst noch gegen kommen. Die Betonung liegt auf könnte. Wenn er bis dahin nicht gestorben ist und nicht das Game verlassen hat, hat er keinen Bock mehr. Ich hab mir grad Essen geholt, also ich hab noch los. Ach, was ist denn los? Ah, Hero läuft schon los. Manu, bleibt noch da. Ich lauf auch gleich los, aber hier sind noch so viele Kisten und ich... Muni kann man immer brauchen. Und ein DMA vielleicht auch. Nimm mal mit. Na, Muni kann ich irgendwann mal ein DMA. Dann noch mal ein DMA. Wachen wir auch nicht? Ja. Und weiter. Down. Auch down. Und auch da unten. Ich glaub, ihr werdet geschossen. Ups, hab ich alle Kills bekommen? Äh, Zwölf. Hä? Zwölf Gegner waren bei euch. Ja, insgesamt, ja. War viel los. Boah, weg. War das nur lustiger grad, dass sie... Aber jetzt kann ich mir das nicht mehr... War nur auch schon zwei Level heute aufgestiegen. Also der Level nach Level 100 geht schon einfach als vor Level 100, hab ich das Gefühl. Nö. Pass auf, beliebt euch. Ja. Ich hab's gemerkt. Da war's ja so. Ich find's schon, ne, so... Ach, manu... Hm? Ich hab ein bisschen jetzt da unten gelandet. Weil ich gerutscht bin, aus Versehen. Weil ich gerutscht bin, aus Versehen. Ah, ja. Ich hab euch mal was entgegen, ne. Oben sind auf jeden Fall welche. Warum? Ich hab mal ein Makierchen, ne Impulsgranate. Wo sind wir denn? Also eine, zwei... Und vielleicht level ich auch einfach schneller, weil ich extrem 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 gut habe wie sonst was. Ich hab jetzt ein NPC auf uns wüten, oder ein Bot auf uns wüten gemacht. Weil die laufen alle irgendwie... Jetzt in der neuen Saun. Dann geh ich nämlich schon mal in den Saun. Auf jeden Fall waren da gerade drei Personen, oder zwei Personen und ein Bot. Also hier ist das meiste auch gelootet. Ist auch eingenommen. Ey, Lukas. Ja? Soll ich dir ja gleich Angst machen? Nein. Schade. Seilbahn. Ich kann mich selber aber nicht heilen, warum auch immer. Geht nicht. Auto? Das bin ich im Auto. Ja, hier sind auch Gegner noch. Nein, die sind ja nicht mehr. Die sind nach hinten gelaufen, zu Lukas. Ich hab eben Seilbahn. Gesehen. Achso, das könnte sein. Na gut. Dann... Hallo Ero! Oh. Danke. Hände oben da, ich schieße. Irgendwo... Nein. den Hummel Dahinten läuft einer, dahinter. Was sonst? Da hinten sind zwei. Der eine hat mich gesehen. Wir haben uns alle schon gesehen. Ich war mit einem Vogel aufhören. Wo soll ich kommen? Ja. Ich hab nix zu malen sogar, ne? Ja, keine Ahnung, ich verpasst. Die sind aber fast tot. Das sind nämlich auch die mit Krone, aber die sind nur zu zweit. Ich bin auch dort. Die haben mich jetzt auch gleich. Ja, wir hätten da nicht so gerne, wir stehen bei uns. Boah. Ich geh jetzt an. Nein. Tschüss, Manu. Ja, how to base at Krone wieder mal, ne? Ich hab keinen Lust. Doch, ich hab keinen Lust. Seid ihr so zur Lobby oder machen wir bereit? Die sind sogar wirklich noch zu dritt gewesen. Die anderen, oder die anderen beiden sind aber woanders gewesen. Die laufen da nur zu zweit rum. Hey. Okay, doch immer noch zu viert. Ach, nur Level 335. Sonst nichts ist. Das ist halt so, weißt du, der hat das Level 100 hochgekauft. Aber dann hat der über 200 Level gemacht. Okay, das geht ja noch. Hatten wir nicht sogar einen mit 375 oder so die Tage? Nee, das war noch 275, glaub ich, ne? Wohin geht's heute? Ähm. Hä? Hä? Jetzt. dann können wir ja jetzt. Dann hätten wir die drei Orte von den wöchentlichen weg. Jetzt mal so dumm als Frage. Sechs Wochen sind. Wieviel Tage? Äh? Aber ich dachte, die Season geht nur noch 30. Bis Anfang. 10. März. Eigentlich. Wir haben doch schon... Ab 10 Jahren dann... Ja. Sechseinhalb Wochen. Also 45 Tage hast du noch Zeit dafür. Hast du länger? Ja gut, vielleicht darfst du ein bisschen länger. Gut, die geben keine XP, deswegen ist das so normal, oder? Die zweite Seite kommt auch erst in 20 Tagen, das finde ich ein bisschen... Ja. Ey, die zweite Seite, was? Von Riva und Geralt. Und die auch reingeboren kommen auch erst in 20 Tagen, finde ich ein bisschen... Knapp dann, aber... Ich frage mich, ob sie sind live eventuell. Und bisher ist halt irgendwie nicht viel passiert. Hey, ob das dann aber auch so ein großer Flopp wird, wie das letzte? Wieso? Das letzte sind wir doch alle rausgeklungen. Mitten in der Hälfte. Ja, und es hat sich nicht wie ein cooles Leipen angefühlt. Ich habe die Angst, wie wir die Kreativen. Aber da kommen welche. Oh, ich bekomme Besuch. Ich war auch nicht klar, dass da welche kommt. Ich habe hier ganz klar ganz viel Besuch, ich freue mich jetzt schon. Die Freude ist groß. Hier sind eindeutig keine Gegner, nein. Oh, ich habe Gegner vor mir. Der ist ablez начận. Oh, ich bekomme auch neychle in den viewpointieren. Das ist verdammt die ich habe schlussener pausler fast mehr wo soll ich nicht tun und man auch noch wo schon da gleich und hatte er sollte ich noch unterkommen für ja ich euch jetzt ja alle in die luft das macht tatsächlich nur die dann schaden schade dann nicht damit könnte ich uns an den getrunken machen wo müssen wir jetzt hin in den wald hier unten oder bis zur kante hier müsst ihr schon geht es die aufgabe welch platztruhe ich habe eine schatztruhe ich habe eine schatz kann ich habe eine schatz Karte oder ist ein schatz ich halte es mal nicht die sind immer richtig gut ah jetzt bin ich runtergefahren gut jetzt habe ich es auch geschafft glaube ich in den ey mein Schatz hast du Glück da kommen mehrere Waffen raus und zwar auch die gleichen als ich weiß nicht was du mit er kann auch mehr und das selten sollte möchtest ich bin gut geil okay dass das ist gut ich habe mir eine schutzende nur niemand ich habe schon eins davon und ich habe halt ein grünes wenn es niemand nimmt nämlich nimm du das hat jemand genommen das ist ja schon ich sollte mal richtig sorgen oder nein okay ich schreibe morgen eine arbeit in deutsch über gedicht an und ich kann kein bisschen gedicht an hast du das wollte eine waffe tauschen schmeißt was anderes weg sammeln was auf dadurch hat aber automatisch die plätze getauscht von den items und ich habe dann das äh warte äh red weiter ich habe in der schrug links wird auch irgendwo auch werke schock mit stäbchen Also falls noch jemand ein Sturmgewehr braucht... Ich habe ein besseres Sturmgewehr gefunden. Wollen wir einen Schatz? Ich habe ihn immer geholt. Darauf mal in welche Richtung? Da lang. Schatz wird, glaube ich, hinter diesem Haus da noch weiter. Irgendwo. Er wird auf jeden Fall irgendwo hier hinten. Irgendwo gelesen, Fortnite arbeitet angeblich an einer Ego Perspektive. Das ist so angeblich mit dem Patch schon angeblich geliebt gewesen. Und dann irgendwann mal wieder... oder soll... Ne, soll erst noch kommen, gleich mit irgendeinem Nissen. Irgendwann. Ich habe tausend Punkte durch Stunts zu machen. Ich auch, weil ich das gewusst habe. Ich möchte nur die Quest, die wir anfangen damit hatten... Ich habe irgendwo geschossen. Und hier ist der Schatz. Erstens, Schatz. Links von uns wird geschossen. In der Festung. Die Bude lächelt ein Schatz aus. Aufschlagen. Aufschlagen. Bringt nichts. Ich schlag auf die Markierung hier. Bisschen da. Da auch ein Schatz. Hier, genau hier. Auf das X schlagen, du Zucker. Hier, keine Ahnung von euch nehmen. Vielleicht kapiert irgendwer anderes von euch das mehr. Bei mir ist der gar nicht. Bei mir ist er da ganz hinten. Das mag ich. Dann lauf halt dahin. Geht das da für ein Typ. Der Alien-Typ. Macht bloß nicht die Kisten auf. Der greift das dann an. Bei mir ist das weiter hinten hinter der Tankstelle. Okay. Das ist irgendwo. Ganz, ganz, ganz hinten. Dann hab anscheinend nur ich einen Schaden. Weil er hinter uns wird geschossen, ne? Da hast du die Tankstelle in die Luft jagen. Mach was du willst. So kann niemand hindert dich dran. Okay. Ich hab's grad auf dem Dach, dass wir nicht so verstehen. ich habe gemacht ich bin gar nicht bei euch wo seid ihr geschossen zwei stück ich habe nicht mal zwei angelockt wird auch hier ich werde der hero wird werden ich habe das irgendwie auch das hat geschaffen einer ist unten da kommst du uns das bei uns hier irgendwo wenn er ist nicht weit weg der wird angezeigt ich sehe niemanden da unten ist da einer hinterher da unten du die dritten zu gut verdammt kurz pass auf das sind drei und wo wirst du getötet werden und denen da wo ihr da beschießt wo jetzt auch abgeschossen haben und der wirklich schneller sonst hast du hier ja ich hab so verwechselt aber ich werde schon wieder beschissen wir müssen weiter das hier russkarte und bei der umgekehrt worden und seine sich seitlich aufgeschossen dazu wo auch ja malung muss war wieder die letzte die überlebt man ist auch tot die kreuzfeuer jetzt hat ja wirklich keine lust mehr ich belasse die gruppe nur bis dann tschüss so ich glaube ich mache auch nur noch eine runde oder sondern was wieder ja die riva aufgaben kann man eben die weekly aufgaben die kann man ja auch länger noch wieder machen was so richtig ist vielleicht so sehr wenn die jetzt auch da bleiben ja besteht keine zeit mehr bei einer der letzten sie sind glaube ich aber genauso komischerweise weiß man nicht wieder jetzt wie ich auf null bau und trio umstelle funktioniert halt wieder nicht ja ich muss noch mal 90 bauen dann aus wie komischerweise aber ich weiß nicht wie ich den jetzt zum beispiel auf auf team umstellen kann ja 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 es funktioniert glaube ich nicht weil er noch in der runde ist so ich bin noch in der runde du scheinst nicht in der lobby zu sein ich komme aber auch nicht mehr raus ok dann verlasse ich auch einfach wünsche euch beiden viel glück das ist wahrscheinlich mit zwei runden gerade mal gespielt 3 oder 3 mindestens dann dauert das hier ein bisschen zum aktivieren dieser lama schule ich habe 2 von 4 war unter den top 25 20 ja aber nach der runde ja ich habe gerade ich bin aber jetzt aber nach der runde ist für mich schluss ich merke dass ich das nicht so ab kann so ewig bildschirm ja ja das ist schnell zu das ist das ist Ja, keine Ahnung. War so oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Wann, ich weiß nicht. mein arm aus ich merke es halt im armen gar nicht mehr gewöhnt es Okay. Okay. Oh, da ist ja einer. Ein Gattenzwerg. Hm? Ein Gattenzwerg. Gattenzwerg? Ein Gattenzwerg. Von Skin oder? Ja, von Skin. Ich dachte, da sind wieder diese Zwerge, die sich irgendwo verstecken. Also, ne, ne, ne. Gattenzwerg sind. Hm, ist schon raus. Na, komm schon, wir machen wir grad mal ein bisschen. Eilt. 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 Bauch. Kaffee ist das diese breitet sich jetzt bestimmt aus wenn es nächstes hießen ich weiß ob das hier ob das sich verbreitet oder das ich habe gerade mal machen wir 125 schaden hat er nicht nur 75 das ist aber schon weiß hab ihn ein netter schrutt finde ich gehabt ja 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 Das war's für heute. Oh, da kommen Kinder an, die sehen mich glaube ich. Das war's für heute. 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 Heute soll's das auch gewesen sein. Ich wollte ein paar Kleinigkeiten machen. Aber ich merke's schon wieder. Ich bin ganz fit. Wollen wir's natürlich auch nicht übertreiben. Und deswegen danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich die Tage mal irgendwann in besserer Verfassung wieder. Ich dann. Ich bin ganz fit. Ich bin ganz fit. Ich bin ganz fit.